Liebe YouTube-Community! Ich hoffe, es geht euch allen gut. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich erneut von Corona betroffen war und daher meine Gesundheit an erste Stelle setzen musste. Die letzten Tage waren nicht leicht für mich, da ich mit den Symptomen kämpfen musste und mich in Quarantäne begeben musste, um andere nicht zu gefährden. Während dieser Zeit habe ich versucht, mich bestmöglich zu erholen und mich um meine Gesundheit zu kümmern. Ich möchte euch allen für eure Unterstützung und eure lieben Nachrichten danken. Eure positiven Worte haben mir in dieser herausfordernden Zeit viel bedeutet. Leider kann ich aufgrund meiner aktuellen Situation vorerst keine neuen Videos hochladen.